Die Zerstörung der CDU. So heißt ein Video, über das seit Tagen diskutiert wird. Und zwar nicht nur hier bei YouTube, sondern überall in den Medien. Das Video ist ungefähr 55 Minuten lang, wurde bisher mehr als 5 Millionen Mal angeklickt und kommt von Rezo. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr es noch nicht gesehen habt, klickt einfach oben auf das i, dann kommt ihr hin. Und unglaublich viele Leute von euch haben mir geschrieben und gesagt, macht doch da mal was drüber. Das wollte ich zuerst eigentlich gar nicht, aber dann dachte ich mir, doch, eigentlich gibt es da ein ganz, ganz spannendes Thema, das ein bisschen übergeordnet ist. Das ist ein Thema, zu dem ich schon ganz lange etwas machen wollte. Ich habe dazu auch schon ein Video gedreht, das sollte eigentlich erst nach der EU-Wahl kommen, aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, finde ich. Denn ich glaube, die große Resonanz, die dieses Video bekommt und die große Aufmerksamkeit und der große Frust, der auch in den Kommentaren immer wieder zu lesen ist unter diesem Video, der hängt vor allem mit einer Sache zusammen. Eine Sache, die viele Politiker ignorieren. Junge Generationen, und da würde ich mich auch noch zuzählen, fühlen sich oft von der Politik übergangen, nicht richtig berücksichtigt, teilweise auch ignoriert und ins Lächerliche gezogen. Und das zeigen die Reaktionen auf dieses Video. Das zeigen auch Reaktionen auf andere Dinge. Artikel 13, die Diskussion darum, Fridays for Future und vieles mehr. Junge Leute und Politik gehen immer weiter auseinander. Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage, die Spiegel Online vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Demnach sagen zwei Drittel aller Jungwähler, Politiker beschäftigen sich nicht ausreichend mit unseren Themen, mit den Themen, die uns bewegen. Und auch die Shell Jugendstudie z.B. zeigt, junge Leute interessieren sich immer mehr für Politik, aber sind immer weniger mit den Politikern einverstanden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Wenn junge Generationen ignoriert werden, dann kann das auf Dauer sogar richtig gefährlich sein. Warum? Darum geht's jetzt. Axel Voss, was denkt ihr, wenn ihr diesen Namen hört? Vermutlich nichts Gutes. Da fallen euch wahrscheinlich Dinge ein, wie Urheberrechtsreform, Artikel 13 bzw. Artikel 17 und Uploadfilter. Axel Voss von der CDU ist wahrscheinlich einer der am meisten gehassten Politiker der Europäischen Union momentan, zumindest in Deutschland. Dabei muss man sagen, Axel Voss ist eigentlich ein engagierter Politiker. Jemand, der seit zehn Jahren im Europäischen Parlament vertreten ist, sich dort für verschiedenste Dinge einsetzt, im Rechtsausschuss arbeitet, in Ausschüssen für auswärtige Beziehungen und vieles mehr. Er ist definitiv kein Klischee-Politiker, der den ganzen Tag nur faul in seinem Büro sitzt und Tetris zockt. Aber Axel Voss hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Einen Fehler, der nicht nur Axel Voss unterläuft, sondern auch vielen anderen Politikern. Und zwar so häufig, dass man da schon fast von Absicht sprechen kann. Und ein Fehler, der auf Dauer gefährlich ist für die Akzeptanz unserer Demokratie. Axel Voss hat die Interessen einer ganzen Generation nicht ernst genommen. Viel schlimmer noch, er hat sich teilweise über sie lustig gemacht. So nach dem Motto, ach, das sind doch alles Kinder, wir Erwachsene wissen, wo es lang geht. Demonstranten hat er als Bots bezeichnet und legitime Kritik als Hassrede. Damit konnte er sicherlich in einer bestimmten Ecke punkten, aber eine ganze Generation hat er damit vor den Kopf gestoßen. Eine junge Generation. Es wäre allerdings unfair, jetzt zu sagen, das war alles nur Axel Voss. Nein, das ist ein Verhalten, das man immer wieder bei Politikern beobachtet. Ich würde behaupten, Politik wird vor allem für Menschen über 50 Jahre gemacht. Und das ist fatal. Hier sind drei Gründe, warum. Punkt eins ist, Politik wird zu oft zulasten Jüngerer gemacht. Mal ganz ehrlich, wie häufig habt ihr euch schon mit dem Thema Rente auseinandergesetzt? Wahrscheinlich eher selten und ist natürlich auch verständlich. Ich denke mal, einige von euch, die gerade zuschauen, arbeiten noch nicht mal. Warum sollte man sich dann damit beschäftigen? Naja, unter anderem deshalb. Vor ungefähr einem Jahr hat die deutsche Bundesregierung ihr sogenanntes Rentenpaket verabschiedet. Eine Reihe von Gesetzen, die die Rente zukunftssicher machen sollen. Das ist sie auch, allerdings nur für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos hat zum Beispiel ausgerechnet, dieses Rentenpaket ist für alle gut, die vor 1974 geboren sind. Und für alle schlecht, die nach 1974 geboren sind. Und ich denke mal, das sind die meisten, die gerade hier zuschauen. Wir müssen später mal sehr hohe Beiträge zahlen und bekommen vermutlich nur eine sehr, sehr kleine Rente. Oder es muss jede Menge Steuergeld in die Rente gesteckt werden. Aber das eben erst nach 20 oder 30 Jahren. Überhaupt keine nachhaltige Politik, Politik zu Lasten einer ganzen Generation, einer jungen Generation. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Thema Umweltpolitik zum Beispiel. Vor einiger Zeit hat sich die Regierung vorgenommen, den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 bis 2020 um 40 Prozent zu reduzieren. Dann hat man allerdings gemerkt, das klappt nicht so ganz und hat sich still und heimlich von diesen Zielen verabschiedet. Da könnte man ganz sarkastisch sagen, naja, die Folgen dieser Entscheidung, die bekommen ja dann nicht die Politiker zu spüren. Die werden dann wahrscheinlich gar nicht mehr auf der Welt sein, sondern unsere Generation. Und so ist das auch bei vielen anderen Themen. Zum Beispiel beim krampfhaften Festhalten an der sogenannten schwarzen Null im Bundeshaushalt. Zu Lasten von Zukunftsinvestitionen. Am schlechten Ausbau von Infrastruktur an Schulen. Oder auch wenn es um das Bildungssystem geht. Da wird nur an Symptomen herumgedoktert, anstatt mal grundsätzlich etwas anzugehen. Die Richtung ist immer wieder ganz klar. Es wird zu kurzfristig und nicht langfristig gedacht. Und immer wieder zu Lasten unserer Generation. Und das hat, finde ich, mit Punkt 2 zu tun. Und dieser Punkt 2 ist, die Alten sagen, wo es lang geht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will ja nicht Generationen gegeneinander ausspielen. Ich verstehe jeden Rentner, der seinen Diesel, der ihm seit Jahren treue Dienste geleistet hat, nicht einfach verschrotten lassen will. Und ich freue mich sehr darüber, dass meine Mutter, wenn sie dann mal Rentnerin ist, eine Mütterrente bekommt und dafür belohnt wird, dass sie zu Hause früher auf meine Brüder und mich aufgepasst hat. Ganz klar. Aber ich finde, die Politik sollte für einen Ausgleich sorgen. Für einen Ausgleich zwischen den Generationen. Für einen Interessensausgleich. Aber viel zu häufig passiert das nicht. Viel zu häufig machen die Politiker Politik für die Leute, die in ihrem Alter sind. Und das kann man auch ganz gut an einer Zahl festmachen. Nämlich an der Zahl 49. Das ist, ganz grob gerundet, das Durchschnittsalter aller Abgeordneten des aktuellen Bundestags. Interessanterweise ungefähr auch das aller Bundestage seit 1990. Und daran sieht man schon, junge Menschen spielen dort kaum eine Rolle. Nur 1,9 Prozent sind jünger als 30. Nicht einmal 10 Prozent jünger als 35 Jahre alt. Und diese Zusammensetzung hat auch mit der Struktur bei den Wählern zu tun. Schließlich will man ja auch altersmäßig geeignete Kandidaten präsentieren. Bei der Bundestagswahl 1972 war noch genau die Hälfte der Wähler jünger als 45. Bei der letzten Bundestagswahl war nur noch rund ein Drittel in dieser Altersgruppe. Auf der anderen Seite werden die älteren Wähler immer wichtiger. Jeder dritte Wähler war bei der Bundestagswahl mindestens 60 Jahre alt. Der Anteil der unter 30-Jährigen lag dagegen bei gerade einmal 16 Prozent. Ja, und bei diesen Zahlen scheint es natürlich logisch, welchen Altersgruppen sich die Politik besonders zuwendet. Nur mal ein Beispiel. Bei der vergangenen Bundestagswahl hat die CDU bei den über 70-Jährigen 45 Prozent geholt. Klar, da ist was zu holen, da ist Potenzial. Also öffnet man sich gegenüber den Themen dieser Altersgruppe besonders. Kann man ja einerseits verstehen. Andererseits ist es aber unfair, dass andere Altersgruppen, die zahlenmäßig unterlegen sind, nicht so beachtet werden. Und ich glaube, das hat vor allem auch mit Punkt 3 zu tun. Und das ist meiner Meinung nach, das Wahlalter ist zu hoch. Denn ganz klar, wer schon wählen darf, der ist für Politiker interessanter, als Leute, die noch nicht wählen dürfen. Was bringt es mir, wenn alle 15-Jährigen mich toll finden, aber kein 50-Jähriger? Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Fridays-for-Future-Demonstrationen von vielen Politikern nur belächelt werden. Die meisten, die da mitlaufen, dürfen vermutlich noch nicht wählen. Was wäre wohl, wenn jeden Freitag seit Monaten Rentnerinnen und Rentner auf die Straße gehen würden, um für mehr Zusatzleistungen der gesetzlichen Krankenkassen zu demonstrieren? Dann sähe die Reaktion aus der Politik vermutlich anders aus. Auch hier, ich will keine Generationen gegeneinander ausspielen. Jede Generation hat ihre legitimen Interessen. Aber die Politik sollte eben alle gleich behandeln. Und nicht diejenigen, die eine starke Lobby haben, besser behandeln als andere. Und ganz ehrlich, wenn es um das Wahlalter geht, kann mir keiner erklären, warum eine 16-Jährige, die Politik als Hauptfach in der Schule hat und sich intensiv damit auseinandersetzt, weniger geeignet sein soll, wählen zu gehen, als ein 60-Jähriger, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und sich Videos über die vermeintlich flache Erde reinzieht und erdenkt, Hitler würde noch leben und wäre in der Antarktis unterwegs. Ich weiß, es ist ein extremes Beispiel, aber solche Fälle gibt es wirklich. Außerdem, warum kann man in einigen Bundesländern bei Kommunal- und Landtagswahlen ab 16 wählen, aber bei Bundestagswahlen nicht? Wo ist der Unterschied? Ist man für Bundestagswahlen mit 16 noch nicht reif genug, für Landtagswahlen aber schon? Ergibt irgendwie keinen Sinn. Außerdem zeigen, wie vorhin schon gesagt, sämtliche Jugendstudien, dass sich Jugendliche in Deutschland immer mehr für Politik interessieren. Und zwar nicht nur die ab 18-Jährigen, sondern durchaus auch Jüngere. Die werden zwar nicht mehr unbedingt Mitglied in einer Partei, aber sie engagieren sich anders. Sie organisieren zum Beispiel Petitionen oder nehmen an Demonstrationen teil. Also eine Herabsetzung des Wahlalters auf mindestens 16 Jahre sollte doch drin sein. Und damit steigt auch die Akzeptanz bei der Politik und vor allem stärkt das die Lobby junger Menschen, wenn eben auch schon 16- oder 17-Jährige wählen dürfen. Und solange sich in diesem Bereich und auch in den anderen Feldern, über die ich gesprochen habe, nichts tut, bewegen wir uns, denke ich, in eine ganz gefährliche Richtung. Zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist mir das, als ich mir eure Kommentare durchgelesen habe unter meinem Video über Artikel 13 bzw. Artikel 17, habe ich euch oben unter dem i verlinkt. Da haben einige von euch geschrieben, Politiker sind alle bescheuert und unsere Demokratie ist eine Farce. Wir brauchen keine Demokratie. Und das ist wirklich schwierig, wenn nicht mehr nur die handelnden Politiker infrage gestellt werden, sondern unser ganzes System. Wenn eine junge Generation nicht mehr hinter der Demokratie steht. Aber vielleicht mal ich auch total schwarz und ihr sagt, naja, so schlimm ist es doch gar nicht, das ist doch alles ganz anders. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielleicht sagt ihr ja, nein, Politik wird nicht nur für Ältere gemacht, sondern vor allem auch für Jüngere. Bin gespannt, was ihr dazu meint. Und hier neben mir findet ihr ein Video zu einem ganz anderen, aber auch sehr wichtigen Thema unserer Zeit. Es geht um Islamismus. Ein Video, das ich zusammen gemacht habe mit der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Danke fürs Reinschauen hier, danke fürs Reinschauen hier und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen hier und bis zum nächsten Mal.